jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer erstein und ja leute heute mal wieder mit einem erneuten fortnite shop video ich wollte noch mal sagen warum ich gestern im fortnite shop nicht geredet habe und zwar war das der grund ich habe mit einem kollegen telefoniert und ja dann habe ich halt während bei shop video aufgenommen und wie ihr sehen könnt habe ich mir den neuen skin geholt leute und zwar den valentinser skin wilde herzen und ja den konnte man sich ja auch im cup holen leute dann gibt es noch den flash cup skin hier einmal so sieht er aus mit dem back bling mit den pickaxes und ich finde den mode voll geil schneller happen der ist eigentlich voll in ordnung und ja dann noch dieser ding hier ihr wisst schon was ich meine loading screen dann wild card mit diesen back bling scampi flobber sakria himmlisch taugend malkor böser blick sternen glühen dann finster herz bachi mit diesem style und mit diesem style glücklich zahn seiden wirbler schatten boxer und hüftschwung und leute dann noch mal diese die skins die vor drei tagen war es glaube raus gekommen sind und zwar einmal der hingegreit der licht renner dann dieses paket firewall proxy weil die zweite variante ist nur mit einem helm also auch wir sehen können dann datenfahrt zypfer dann leute hier ist der helm sogar ganz also man sieht den kopf gar nicht io kommandozeile upload bitstream bandbreite und ja leute also wenn ihr euch das holen wollt holt euch das weil ja das ist back bling und rücken accessoire und leute dann noch mal alle wandtees sachen herz hier in der skin den ich mir geholt habe ja ich gehe es ja immer jetzt ganz schnell durch weil ich weil wir nicht mehr die zeit dafür haben weil ich auch schon der job wieder da ist ich kann ich jetzt nicht sagen welcher skin aus alles ist ihr euch ja noch der skin herzensbrecher finde ich cool hatte ich auf meinen alten account leute falls ihr euch fragt hey alter account ja ich hatte wirklich mal einen alten account damals und ja mit dem habe ich mich auch versucht anzumelden aber es ging nicht und leute die sachen brauche ich glaube ich nicht zeigen aber das kann ich euch noch mal zeigen christian tagtraum schöner strauß ist auch neuer mond der vor zwei oder drei tagen reingekommen ist dann petonine leute das fack mich so ab immer wenn man leute wirklich immer wenn man auf die musik drauf geht dann ja dann ich glaube ich weiß was ich meine und da leute ich wollte kurz nur sagen damit ihr bescheid wisst es wird wahrscheinlich jetzt nur noch mitten in der woche streams geben und am wochenende nicht nächstes wochenende war also das was jetzt kommt wird es wahrscheinlich sowieso kein stream geben gucken und ja deswegen ich wollte euch nur bescheid sagen und ich habe gesehen wir sind ein abo kurz als ein abo beziehungsweise kurz vor den 640 abos also lasst gerne like da lassen abo da wenn euch dieser kanal gefällt es gibt eigentlich daily streams eigentlich außer am wochenende und ja dann warten wir jetzt noch auf den neuen fordern shop in einer minute und leute ich muss noch was los werden und zwar wissen die ein oder anderen haben hätten sich bestimmt auch darüber gefreut und zwar der skin worüber ich immer geredet habe in den meisten shop videos war travis gott da sollte eigentlich am zehnten zweiten reinkommen ist er aber nicht deswegen man weiß nicht wann er reinkommt jetzt weil am zehnten zweiten ist von travis gott das neue album oder das neue buch rausgekommen keine ahnung was das ist ich verfolge travis gott nicht und ja deswegen halt also laut standard skill weiß ich nur soll das gehen nächsten monat in shop kommen und an die leute die dachten ja lucky landing kommt zurück und man kann sich für 10k golden skin holen auch wieder fehlanzeige weil das hat man wirklich auch nur auf tik tok gesehen und daher dachten bestimmt die meisten leute lucky landing kommt zurück und für 10k gold kann man sich ein skin holen aber leute ist jetzt auch egal was kommt an den shop am 15 2 und let's go leute ok java rythmus leute eigentlich muss ich die musik immer stummen aber daher dass es jetzt ein video ist nicht dann los mufasa dann wiki leute mit dem dem und den style und einmal alles auch ohne kapuze ich kann es euch kurz zeigen hier dann schnur ax echo den und den style dann zwei licht sicheln dann echo jet dann leute gaunerin schünder kerzenkünstlerin marathon glitter auf die plätze ich glaube das neue mode ja naja dann röstlichkeit und ja leute dann noch dieses paket und alles weil leute das muss ja jetzt nicht mehr durchgehen und dann habe ich euch sagen leute wenn ich das video gefallen hat das sehr gerne nochmal daumen hoch oben da und dann würde ich sagen haut rein bis dann und ciao Ciao, ciao.